Ich habe ein 20.000 Euro Fortnite-Content-Creator-Turnier gespielt und ich möchte euch heute die Runden zeigen. Und zwar vom Amalos Legends Cup. Ich habe zusammen mit Haasi gespielt, eine Streamerin, die viel IRL-Content macht und so. Und der ganze Cup war so aufgebaut, dass immer ein Fortnite-Streamer dabei war und ein Content-Creator, der jetzt nicht im Fortnite-Bereich war. Deswegen bleibt auf jeden Fall lieb zu Haasi, sie hat richtig gut gespielt. Aber ob es für Preisgeld gereicht hat oder nicht, seht ihr natürlich in diesem Video. Und ich würde mich extrem darüber freuen über ein Like und ein Abo und viel Spaß mit dem heutigen Turnier-Video. Let's go! Das wird unsere erste Runde. Wir werden gewinnen. Wir gehen hier hin. Nice, wir haben keinen hier. Das ist sehr gut. Wenn die Clothes kommen, schmeiße ich einen Bunker für uns. Okay. Ich habe ein Schild. Gut. Ja, lass in die Zone reingehen. Da unten läuft was? Hier unten? Schieß auf die. Ich habe einen richtig low. Schieß auf den Baum. Ja. Schieß auf den rechts, der rechts läuft. Ja, 36. 60, 60. Komm, wir pushen hin. Okay. Der andere ist im Busch, glaube ich. Ja, er ist im Busch. Aber alles gut. Schmeiß uns im Bunker. Oh mein Gott, die haben mich richtig gelasert. Ich hiel mich kurz. Du kannst auch zu mir kommen. Hast du Säfte? Der läuft. 50, noch. Der geilste Trimax, spielt Trimax mit. Hinter uns kommt was. Lauf, lauf. Oh mein Gott, hier sind super viele Teams. Scheiße. Das war schade. Schade. Trimax, spielt mit. Hast du irgendwas Movement-mäßiges gehabt? Mh, mh, mh. Ja, waren die. Hast du was gesehen? Ja, trotzdem. Scheiße. Aber, schaffst du das noch? Ja, mal gucken vielleicht, ne? Ich hab noch ein Med-Kit, noch 1er-Ticks. Ich weiß nicht, wenn die Zone ankommt, sind es vielleicht 2er-Ticks. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ich Glück hab, fühle ich da noch was. Ab wann müsstest du jetzt das Medikit nehmen? Ich hab 7 HP ungefähr. Ui. Echt? Ja, relativ niedrig. Ich mach's ab 10 ungefähr. Ich glaub, ich komm schon in die Zone. Oh, mir läuft jemand. Das ist der Rift. Ich glaub, es gibt keine Rifts mehr, Leute. Wir brauchen bloß Platz 24, ne? Für Punkte. Oh, egal. Ja, das wär's. Fuck. Egal, wir haben Fluss. Ja, ein bisschen Punkte bekommen. Shit. Wir müssen jetzt warten, ne? Mhm. Oh, Mann, schade, dass wir so im Sandwich waren, ne? Ey, da waren 4 Teams einfach, die gekommen sind, ne? Richtig ärgerlich. Egal, GG, erste Runde ist in Ordnung. GG's. Guck, ich sag doch, wir sind Platz 25 vielleicht? Boah, das waren wir auch nicht auf der Seite? Ja. Let's go, Platz 25, richtig cool. Einfach nichts anders, ne? Wir gehen wieder zum Sandwich-Sport, ne? Ja. Ist ein guter Spot. Wir lassen mal auf die Brücke laufen, da haben wir noch ein bisschen Schild und noch ein paar mehr Kisten. Mhm. Ich hab mir echt nichts mehr gebraucht. Schade, dass wir hier niemanden sehen. Da unten läuft jemand? Lass auf den vorderen schießen. Auf den hinteren, auf den hinteren. Hier. Ready? Ja, jetzt. Nein. Oh, nein. Mach einfach weiter. Ja. Er kommt. Puschen die? Puschen die? Ja. Kommst du weg? Ich wirklich. Er ist Schildbreak. Er ist Schildbreak. Ja. Oh mein Gott, ich miss, Bro. Ach du Scheiße. Nein. Ach, egal. Ach man, wir haben reingeschissen. Ach, Scheiße. Ja. Egal. Nein. Fuck. Wer hat mir schon wieder Gojo geschenkt? 35 sind wir zählplätze abgestiegen. 35, okay. Mods, wir sind Platz 35. So, Fokus. Ja. Jetzt machen wir den Schwitzer-Modus, wie alle anderen auch. Einfach irgendwo hinhocken und campen. Anstatt die zwei im... Da kommt jemand, pushen. Wo? Hier. Komme. Die hauen auch ab. Ich weiß nicht, ob die abhauen. Wollen wir die killen? Ich nehme mal den Stein hier hinten. Die haben was gebaut. Ich habe gebaut. Ja, die hauen ab. Ja, ich habe jetzt nichts. 19? Ja, die haben Schiss. Die haben keinen Bock. Lasst gehen. Will ich wieder hochkommen? Wo bist du? Ich kann. Oh, ich sehe dich nicht auf der Minimap. Schau mal, nimm mal du das Luftding und gib mir die Impulsgranaten. Dann spielst du. Mhm. Okay. Und wir gehen nach hinten wieder zu dem Haus. Alter, überall Schatz. Aber keiner ist da. Oh, da oben im Busch ist einer. Okay. Hier oben. Und wir müssen in die Zone. Dann lass uns jetzt. Könnten wir über... Oh, vor uns. Wo? 50. Hinter uns, hinter uns. Hier. Schieß auf den Hinteren. 50. Nochmal. 100. 120. 60 wide. Oh mein Gott. Close. Lockdown. Du bist aus dem Busch draußen. Entschuldigung. Sehr schön, sehr schön. Wir müssen nicht so weit. Ist da in dem Busch jemand? Da war vorhin zwei, aber ich glaube, die sind wieder raus, oder? Das ist in Zone. Schieß mal ein bisschen in diesen Busch rein. Vielleicht... Da würde ich gerne reingehen. Da ist einer. Ich habe einen gehadet. 48, 24. Schauen wir mal kurz in den Luch. Da sind welche drin? Bleib bei mir. Wo soll ich hin? Wir laufen Richtung diesen Busch. Aber 1,70 gehadet im Busch. Hinter uns. Fahr mit dem Rad. Fahr mit dem Rad. Hier könnte jemand drin sitzen. Wo willst du hin? Überall. Fahr einfach mir da. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht so genau. Ich muss nur einen Plan ausdenken. Wir müssten die Busche checken. Oh scheiße. Ist bei dem Busch jemand drin? Ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Hit. Hit. Wer ist da und es sind da und ich habe ihn. Ich habe den anderen auch fast. Hab ihn da und hab ihn auch. Let's go. Genau so, Hasi. Genau so. Richtig, äh. Hau dir einen Biggie und Minis rein. Ja, ja. Richtig Big. Da. Wir haben Zone. Okay, okay. Wir müssen noch ein gutes Stück. Da drüben ist jemand. Links, links, links. Und uns. Oh ja, klar, ja. Ist dauernd. Ja, ja, stark. Rechts noch? Hinter dem Stein? Oh mein Gott. Luftbelegel, Luftbelegel. Und fahr, 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 fahr. Ich bin hier drin. Ich habe super wenig Leben, leider. Hier kommt jemand. Fahr Richtung Zone, wenn es geht. Bitte lass keinen drin sein. Okay, ich, äh, ich lebe. Ja, ich muss aber ganz kurz warten. Ah, jetzt ist wieder aufgeladen. Ich habe ein Problem. Wo bist du? Oh, hier sind zwei Stück. Wo bist du? Kannst du in meine Richtung kommen? Wo bist du? Ich bin hier. Okay, komm. Ich habe gepinkt. Ich habe markiert. Genau auf der Markierung. Du hast zwei, kannst du mir den South-Saft geben oder die zwei Biggies? Ja, ja. Wie kann ich denn diesen Scheiß abbrechen? Wechsel auf eine Waffe. Wechsel auf eine Waffe, wechsel auf eine Waffe. Ja, okay. Äh. Irgendwas von den Heilungen, ist egal was. Ja, ja. Danke. Ja. Komm, lieber. Oh, shit. Können wir nicht rausschießen? Okay, wir müssen relativ weit in die Zone reinfahren. Wir fassen die ganze Links laufen. Ähm. Können wir? Komm, folgen wir einfach mit dem Luftbändiger, okay? Okay. Oh mein Gott, da ist gleich jemand. Ja, ist egal, ist egal. Boosten kannst du und doppelt springen kannst du, ne? Hebt dir das Boosten auf, wenn jemand schießt. Ah, ich habe mein Rad verloren. Oh, shit. Ich bin dead. Nee, bist du nicht, bist du nicht. Alles easy. Ja. Ah, shit. Oh, fuck. Alles easy, du schaffst es, du schaffst es. Nein. Ja, die kämen halt an mir die Ecke jetzt, ne? Ah, fuck, ist der long. Ja, das war leider blöd. Alles gut, alles easy. Ich habe das. Ich habe noch einen Down, Josh, GG, Bro. Oh, über dir ist einer. Willst du nicht auf Platzierung gehen? Ja, aber jetzt sind easy Smacks drin gerade. Ach so. Ich muss ein bisschen auch auf aggressiv gehen, weil es sonst ist echt zu kacke, was das Ding angeht. Was die Punkte angeht. Wir müssen zwei Runden ein bisschen aufholen. Ah ja, du kannst links super entspannt. 5 Kills und 10 Punkte. Nice. Oh. Ich muss kein Auge auf dich haben, ne? Oh mein Gott. Ich müde mich geschwind. Ja, easy. Scherz, glaube ich. Wie ist das? Ich muss ein Auge auf dich haben. Ich muss ein Auge auf dich haben. Ich muss ein Auge auf dich haben. Nein. Oh, ich konnte nicht schmeißen. Platz 4. Let's go, baby. Wichtig, Mann. Hammer. GG's. Platz 4 und 8 Kills haben wir, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber genauso müssen wir leider spielen, ne? Hä? So müssen wir leider spielen halt. Ja, aber ist gut, ist gut. Let's go. Schöne Runde. Schöne Runde. Aber auch, dass du die da in den Busch gekillt hast, ne? Das war so fucking wichtig. Mhm. Oh, TG's, Mann. Mega. Ja, ich hätte am Ende vielleicht noch mit dem Radl ein bisschen rumfahren sollen. Aber so habe ich wenigstens noch einen Kill gesnackt. Hätte, hätte, Fahrradkette, ne? Schreibt sehr gut. Platz 13. Platz 13. Richtig. Let's go. Ey, wir sind überstehen. Wir haben die so eingeholt, Junge. Ja. Ja. Sagt ja nichts zu unserem Comeback, weißt du. So, und nun? Runde 4. Alles wie immer. Wir landen hier. Okay. Easy. Oh, da kommt ein Zug, ne? Kannst du Minis mitnehmen? Oh, könnte sein, dass jemand drauf ist. Das wäre geil. Tatsächlich. Können wir mal gucken? Ja, komm. Ich geh aufs Dach. Ja, bin schon. Ja, ich bin schon. Sieht... Sieht hier aus. Ja. Aber Kisten sind hier. Es sind gelootet. Wir können die noch aufmachen, die Kisten. Uh, baby, baby. Hier kommt ein Windrad. Schießt noch nicht, ne? Vielleicht wollen die in unserem... Oh, doch kommen wir hier vor. Da ist einer cracked. 26. Komm, wir pushen. Na ja, hab ich kurz nachlaufen. Den links von uns ist auch noch raus, ne? Aber ich down. Geil. Ich weiß nicht, wo der links ist. Links unten irgendwo. Oh, er gegenüber schießt jemand. Der ist sein Teammate. Ja? Ja, das sieht aus. Er pusht. Lass den killen. Er kommt. 26. 26. Okay, finisht. Ja, der haut ab. Ich hol mir die Sachen dort. Ey, ich hab nur noch 4 Schuss, ne? Ich geb dir gleich Munition. Okay. Oh man, dieses blöde Chicken geht mir so hart auf den Sack. Rechts von uns ist jemand. Auf der Brücke. Unter der Brücke. Wir gehen gerade nach oben. Ja. Hier vorne. Ja, ich sehe. Einer ist auf der Brücke. Headshot. Down. Sein Teammate ist oben. Hier vorne drin. Pass auf, dass du noch mehr. 2-Hit. Ne, 72. 60. Schildbreak. Der drunter. Hier der Schildbreak. Weg. Ja, den killen wir, den killen wir. 19 weit. 29 weit. Oh mein Gott. Ich hab ihn nicht da. Ja, sehr schön, sehr schön. Pass auf. Wir müssen in die Zone. Hier unten läuft einer, der ist low. Ja, der ist weg. Ich hab den weg gemacht. Okay, sehr nice. Wir müssen aber in die Zone. Komm mal am besten. Vorsicht, vor dem Busch könnte jemand sein. Hier Busch? Ja, hier sind jetzt welche. Unter welchem Busch? Mann, warum sehe ich dich nicht in der... Ich bin hier unten. Ich bin hier unten. Ne, hier unten. In Busch ist niemand. Okay, komm her. Ne, Busch ist niemand. Ähm. Hey, Eis ist so gut, ne? Hier sind zwei. Komm, wir fliegen hoch auf die Insel. Okay. Nimm Rift und flieg nach oben. Ich bin über dem ganz krassen Haus da. Ach, du fliegst schon? Ah, okay. Oh mein Gott. Mein Herz. Ähm. Wo soll ich jetzt hin? Ja, flieg einfach erstmal ein bisschen ran auf dem Dach oben. Ich werde schon an... Scheiße, da ist ein Gegner überall. Okay, chill, 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 chill. Alles gut. Du hast einen Bunker. Du kannst auch einen Bunker schmeißen zur Not. Ah, okay. Alles gut, chill. Alles gut, chill. Alles gut, chill. Alles gut, alles gut. Wir checken den Busch da vorne. Können wir den Busch bitte? Kann ich nicht mehr? Ja, da ist jemand drin. Schmeißen Bunker. Schmeiß einfach einen Bunker hier. Ja, nice. Wird schön da drin. Komm an den letzten Reihen. Ah, hinter uns. Ja, die kommen aber nicht. Okay, nice. Wird schön einfach hier. Ja. Also, ich hätte schon jetzt ein. Es ist nein doch. Es ist nein. Von wo? Ja, von da. Ach so. 24er. Geh unter die Brücke. Fuck. Ich schmeiß noch einen Bunker. Ja, alles gut. Pass auf, dass du nicht so krass piekst, ne? Ja. Du bist jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben keine Zone hier. Das heißt, wir müssen gleich laufen. Aber rechts von uns ist jemand hinter uns. Und links von uns ist jemand. Hinter uns läuft jemand. Einen habe ich da gehettet. Ich chill noch erstmal. Ja. Da hinten laufen welche. Hier. Ich würde ihm gerne late dropieren. Ach, ich bin low. Hast du healing? Warte, ich heal uns. Ich hab... Hast du? Nee, passt, passt, passt. Okay. Wir laufen jetzt. Einfach mal Dance Battle. Okay? Wir gehen unten lang. Scheiße. Rechts hinter uns. Wir schmeißen Bunker. Ja. Oh mein Gott. Hast du gut. Hast du healing? Scheiße, komm runter. Komm runter. Ich kann grad nicht. Mann, überall. Ich muss in die Zone. Ja, scheiße. Alles gut. Ich muss nur in die Zone. Witze. Oh mein Gott. Nein. Hinter uns aus der Zone. Bist du tot? Nee, oder? Nein. Warte kurz. Du kannst mich theoretisch save. Oh nee. Kann grad nicht. Versuch einfach auf Placement zu spielen. Versuch einfach zu überleben. Hier ist einer genockt bei mir. Kleiner Hund. Und ich komme. Kommst du? Shit. Von allen Ecken. Das war solide, Alter. Ja, die hatten einfach bessere Zone. Die hat eine. Nee, doch nicht. Der hat mich gekillt. Maxifa hat mich gekillt. Die Drecksau. Dreckschwein, Alter. Jetzt chill die da unter der scheiß Brücke in der Zone, die Idioten. Schade. Gute Runde trotzdem. Platz 17. Wir haben ein bisschen Punkte gemacht. Und ich glaube vier Kills oder drei Kills oder sowas. War solide. Komm bitte nicht auf der Seite. 17. Sind wir abgestiegen. Okay. Jetzt hier wird's spannend. Guck mal, Daniel Sam ist weiter mit hochgekommen. Kuba ist weiter hochgekommen. Trimax auch. Fix und Hasi. Hey, wir sind runter. Fabro und Merle. Esio und Russack. Heysen, Lostika. Abgestiegen. Jasio und Dreckschweiser. Solution und Genso. Runde Nummer sechs. Zwei Runden haben wir noch. 15 Punkte fehlen uns gerade bis ins Preisgeld. Ich würde sagen, wenn wir so gute 25 Punkte machen, ist das wirklich richtig nice. Okay. Da unten ist jemand? Hier unten. Der hat Wasserbändiger. Boah, den würde ich schon gerne kühlen. Ja, ich seh ihn. Lass versuchen nicht zu klatschen, okay? Warte, der kommt noch hoch. Der kommt noch zu uns. Ja, ich komm zu dir. Kommen beide. Schau, dass du nicht normal läufst. Mhm. Ich bin geduckt. Wir fetzen den, okay? Mhm. Drei. Drei. Ja. Drei. Down. Ach sie, nice. Von mir, von mir, von mir, von mir. Craig down. Ab ihn. Nice, nice job. Nice job. Abendiger Schmutz. Kitty und Fenelia kenn ich nicht. Sehr schön. Vor uns ist das Action. Vielleicht können wir uns einmischen. Was heißt vor dir? Wo? Genau vor uns. So in diese Richtung. Da waren grad Schüsse. Komm. Ja, da vorne ist auch jemand. Oh, einer kommt. Einer ist genau vor uns. Lass sie einmischen. Da drin ist jemand. Schieß da auf. Schieß da rein. Der chillt immer noch da drin, ne? Der ist alleine hier. Ja. Tot? Ja, nice. Nice. Lass den Busch kurz. Ich bin im Busch. Oh, hallo. Ich bin auch da. Nice. Auf dem Dach ist jemand. Sorry. Legst du auch noch einen? Alles gut, alles gut. Schieß den Stein kaputt hier. Wir haben Druck von der Zone. Wir können, glaube ich, ein bisschen chillen. Der ist nach links? Ja. Zwei Stück. Okay, nice. Lass dir vor kurz. Ja, hier ist noch ein Saufding für dich. Oh, hier ist was Goldnes. Das nehme ich mit. Nice. Bunker. Zwei Mad Kids. Ich laufe schon mal vor. Ja, alles gut. Sehr nice. Schön gemacht. Follow me. Wir bleiben kurz hier oben. Ja, bitte. Ich glaube, da ist jemand im Haus. Schieß gegen die Wand hier. Ja, da ist einer. 80, 120 auf einen. Ja, er ist da. Crank. Habinok, habinok, habinok. Nice. Lass hingehen. Sein Maid haut ab, vielleicht kriegst du ihn noch. Hier hinter uns? Ja. Hier unten? Ja. Crack down. Let's go! Wir sind so gut. Lass mit Luft fetzen, okay? Wohin? Einfach, folg mir einfach. Einfach geradeaus. Und wir versuchen in den Rift reinzukommen von der Lootinsel. Ja. Hier vorne ist eins. Vor mir schwimmt einer. Vor mir schwimmt einer. Ah, 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 ah. Da ist einer. 24? Der hat cracked rechts. Okay, ist egal, egal. Versuch herzukommen. Ja. Wir gehen hier ins Rift. Hier. Abwarte. Und dann mach mal den Gleiter auf einfach. Lass kurz noch mal chillen. Lass nach unten fliegen. Einfach straight runter. Oh, okay. Und dann gehen wir jetzt gleich hier in das Rift rein. Einfach ein bisschen im Kreis rennen. Lass uns keiner trifft. Lass uns keiner trifft. Ja, okay. Bereit? Lass uns Trift. Ja. Okay. Und Spam Leertaste. Spam Leertaste. Spam Leertaste. Leertaste, Spam. Spam, 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 Spam. Was ist Leertaste? Achso. Gleiter. Einen ausziehen. Einen ausziehen. Ah. Ja, aber wohin? Hier runter. Hier hin. Okay. Hier ist unser Bunker. Scheiße. Ich bin am Marsch. Ich bin am Marsch. Willst du mich? Komm hoch. Gut. Stark gemacht. Stark. Okay. Das ist unser Platz jetzt hier. Komm in den Bunker rein. Okay. Wir müssen versuchen da hinzukommen. Lass jetzt loskommen. Okay. Einfach mit Wind. Wir springen und dann boosten. Hey, ich hab den Scheißding nicht aufgekriegt. Sorry. Oh shit. Das war richtig dumm. Deswegen ich hasse Wind. Ist das safe? Wenn du ganz vorsichtig bist. Ja. Gut. Alles gut. Ich hab nur Schiss, dass sie es gesehen haben, dass du da liegst. Hau dir in den Med-Kit und dann gehen wir weiter. Ja. Ich fühl Wind gar nicht. Du musst erst links oder halt erst Wind benutzen und dann losgehen sozusagen. Wer bereit? Ja. Komm, wir setzen den einfach hinterher. Okay. Okay. Oder ja, folg mir was. Oh Mann, ich mach's jedes Mal andersrum. Hast du abgebrochen? Naja, alles gut. Wo bist du? Unten, unten, unten beim Wasser? Kommst du? Ist das safe? Ich komme. Einfach straight über den Fluss drüber. Hier. Ich markiere. Okay. Da kommt noch einer. Oh, das sind die Guten. Ja, versuche hier hinzukommen. Das wäre ultra stark, wenn du hier hinkommst. Ich bin gleich da. Aber das sind die Starken, die uns jetzt mal gebumst haben. Scheiß auf die. Die sind scheiße. Die sind alle scheiße. Wie machen die? Da fliegt jemand mir hin. Egal. Komm, 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 komm. Wir gehen aufs Hausdach. Hier ist gut. Warte kurz, ich höre mir noch kurz die Getränke hier unten. Der ist gut. Den halten wir weg. Sehr, sehr nice. Wir müssen versuchen, da hochzukommen. Wo meine Markierung ist. Die ist einer Solo bei uns. Aber ist das in Ordnung? Ja, fahr da durch. Alles gut. Alles easy. Wir kratzen durch. Geradeaus. Einfach straight durch. Einfach straight durch. Ja, ja. Ziel ist hier oben. Okay? Aber das ist doch markiert. Na, ich habe neu markiert. Ja. Ja. Okay. Komm einfach direkt auf mich drauf. Ja, ich bin da. Ist gut, ist gut. Links von uns. Hier oben. Ja. 24. 24. Pass auf. Andere Seite könnte auch was sein. Okay, wir müssen nach rechts rügen. Wir müssen eigentlich nur auf Placement spielen. Wir brauchen einfach, wir müssen einfach lange überleben jetzt. Okay. Okay. Kannst du damit drauf schießen? Oder? Was ich markiert habe? Ja, warte. Aber am besten auf die rechte Seite. Ja. Aber da ist keiner mehr drin. Doch. Rechts von uns sind ganz viele, ne? Links von uns auch. Erstmal da drauf schießen. Links, links, links. 24. 50. Hier oben. Ist unten. Ja, ja, ja. Ja, jetzt weg. Der hat super wenig Leben. Okay, lass, äh, lass in die Zone gehen. Wir müssen fahren. Ja. Ja, 48. Hier rechts. Oh mein Gott. Ähm. Mann, wie sie nicht sterben, ne? Oh fuck, das sind zwei Löwen. Ist gut und ist gut und ist gut. Ja, links hoch ist gut. Sehr schön. Gib don't kill, Bruder, bitte. 72 hier oben bei mir. Hab ein Down. Ellie Jello. Oh mein Gott. Bei 100er, 100er. Ja, schön. Der ist fast. Der ist One Shot. Shit. Alles chillig. Da drin ist was. Oh mein Gott. Okay. Ich schmeiß den Bunker. Ich schmeiß den Bunker. Ich schmeiß den Bunker. Ja, cool. Oh mein Gott, ich bin stuck. Ah, Step Row, please help me. Oh mein Gott. Okay, chill, 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 chill. Ja, ja, ja. Ich komme. Ich habe ein Medi-Kit. Da drin gibt's von noch. Ich hab gerade Timu-Mogo gesehen. Hier ist noch noch ein Timo. Versuch einfach Kills zu machen jetzt. Ja, 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 ja. Hier. Vor mir, vor mir. Hier. Hier. Der Shit-Break. Oh shit, ich bin so... Ich komme bei dir rein. Uh. Den holen wir. Entschuldigung. Wir laufen, wir laufen. Alles gut. In dem Wasser? Ja, in dem Luft. ich glaube in dem bunker ist es keiner das ist so ich bin am arsch ich habe mich rausgeschubst genau die fix sind sie sind krass ja das maxi oder das war richtig ein paar mehr kills werden noch drin gewesen war maxi holt das maxi holt das oder doch nicht doch maxi holt es ja maxi und hugo fucking unbalanced viel zu gut das team wir sind platz elf okay dann haben wir noch ein bisschen das ist schon richtig gut richtig gut aber 80 punkte 87 von 56 auf 87 das heißt wir haben 21 punkte die runde gemacht hätten wir die ersten beiden runden richtig gut rein gegrindet schade aber wirklich drückt uns die daumen wir brauchen ich glaube minimum 30 punkte oder sowas okay ich komme mal kurz zu dir und dann machen wir mal kurz die hier schau party da vorne wird wieder umgeballert zu sehr offen auch wieder ja ich würde sagen lass einfach in die zone laufen oder ja ich nehme es sicher ich schau mal kurz hier runter vielleicht kriegen wir hier ey äh der ist weit der ist weit 26 schieß auf den vorderen hier ja mach ich doch hier nicht auf den wo ist der links fuck ich weiß nicht wo du meinst ja ne der ist weg shit egal hinter uns vorsicht komm in den busch schieß den stein kaputt ja beide gut damage bekommen 30 wir haben die richtig low gemacht da rechts läuft er Never ja 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 er hat er hat noch ja ist der andere geiler stark hoch in den Chat, Leute. Wichtig. Wen haben wir gekillt? Weiß das jemand noch? Ich hab drauf geschaut, aber ich weiß es nicht. Du hast ein Mad-Kid. Ich geb dir noch ein Biggie. Schau mal hier. Oh, dann kannst du dich voll machen. Hier rollt was neben mir. Ja. Schießt auf den Hinteren. Ja. Cracked. Nice. Sehr schön, sehr schön. Let's go. Ich hole mir die Rolle. Pass auf. Komm auch mit hoch. Er kommt, ja. Cracked. Willst du dir die Rolle, bitte? Ja, gleich. Schade. Hätten wir vielleicht noch nicht können. Hast du die Splashes? Hast du sechs Splashes dabei? Habe ich schon, ja. Okay, nice. Sehr gut. War ein nicer Kill, man. Let's go. Der holt ihn jetzt wahrscheinlich wieder, ne? Ja, aber ist wurscht. Oh, Entschuldigung. Lass rechts übers Wasser laufen. Hier in die Richtung. Lass hier rechts rumlaufen und lass versuchen, da hinten irgendwo hinzukommen. Okay? Ja, ja. Ist besser. Viel besser. Oh, vor uns. Vor mir ist jemand. Ja, verhebt. Habe ich 70 gegeben. Die sind beide relativ low. Ja, der eine ist down. Knock. Sehr schön. Der eine ist vor mir. Der ist white. Lass drauf pushen. Ja? Der zieht durch. Der zieht richtig durch. Seh nicht. Ist doch da. Crack? Ich kriege ihn nicht. Nein. Egal. Chill, 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 chill. Hier läuft er auf der Straße. Shit. Wieso geht da nix rein? Hast du gefinisht? Ja, der ist down, ja. Ja, hast du echt? Ja, also der ist von alleine. Komm doch nicht hoch! Hast du noch Heilung? Da hast ein Biggie. Ja, den nehme ich kurz. Schön gemacht. Nur ein bisschen Schiss. Im Wasser ist er. Im Wasser. Crack wieder? Vielleicht kannst du ihn killen. Ah, ah, krieg ich nicht. Okay, wir gehen in die Zone. Warte, wir sind gleich safe. Ich habe Angst vor links. Ja. Ich würde tatsächlich noch ein bisschen warten. Komm mal her. Komm mal her. Ich spritze uns voll. Nein. Doch. Ja, okay. Ja, nice. Nachladen. Weil ich mache voll, kannst du die Hälfte oder kannst du die Splashys rausschmeißen und wir machen halber, halber einfach so. Über uns. Er geht nicht. Er geht nicht. Fuck. Fuck. Scheiße, er hat mich. Der ist Solo, glaube ich. Fuck. What the fuck? Was war das? Ach man. Hä? Sade. Ich habe den nicht mal gesehen. Snipe von der Seite. Oh, nee. Ich habe einen Snipe von der Seite kassiert. Oh, shit. Das war auch echt eine Scheißzone. Gar nicht. Alles gut. Nee, ich hätte einfach rennen müssen, glaube ich einfach. Egal. Leute, vielleicht haben wir in die Top Ten geschafft. Das wäre natürlich geil. Bist du uns gleich die Standings anschauen. Ich glaube, mit 27 kriegen wir gar keine Punkte. Aber wir hatten ein paar Kills. Aber trotzdem. Oh, man. Hätten wir die ersten noch ein bisschen mehr gefetzt. Aber ich muss sagen, es hat trotzdem richtig Bock gemacht. Doch, das war toll. Hier wurde auch überall sehr, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt, Chat. Top 21 sind wir auf jeden Fall. Top 10 wäre richtig geil. Trimax, bei drei Bier gehörst du mir. Nächstes Tonier. Hier hat keiner Geld mitgenommen. Heilige Scheiße. Platz 13, Freunde. Platz 13 ist solide, oder? Platz 13 ist super. Das ist richtig gut. Ach nein. Freunde, wenn ihr das Video auf YouTube gesehen habt, lasst gerne ein Like da. Schaut auch gerne bei Hasi vorbei. Du streamst nur auf Twitch, oder? Ja, ich mache kein YouTube. Warum machst du kein YouTube? Es ist mir zu anstrengend. Ich habe gar keine Zeit dafür. Hasi ist auf jeden Fall verlinkt. Es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Dankeschön. Doch, war sehr amüsant. Und nächstes Mal holen wir Earnings, oder? Das stimmt. Ich übe jetzt tagtäglich hier. Ja. Bis wann. Tschüss.